1,1 Kilo schwer, 190 x 130 x 30 Millimeter. Wisst ihr was das ist? Ja, das ist der neue Vector Network Analyzer SV4401A und der wurde mir hier freundlicherweise von der Firma Vimo zur Verfügung gestellt. Links zu dem Gerät und zur Firma Vimo und wo ihr das kaufen könnt, natürlich wieder hier unter dem Video. Schaut da mal rein. Ja, ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und das hier hat natürlich auch wieder mit Funk zu tun. Ganz klar, wir haben hier ein sehr robustes Gerät. Ich habe ja schon mal diese Reihe zum Nano VNA gemacht. Das war ein etwas kleineres Gerät und dieses Gerät, das ist jetzt absolut robust. Wir haben also hier ein robustes Metallgehäuse. Finde ich also richtig gut. Und wir haben hier oben N-Stecker. Also nicht diese SMA-Stecker wie am Nano VNA, die also schnell auch mal verhunzen können, sondern hier sind richtig robuste, fest angeschraubte, anders Metallgehäuse, angeschraubte N-Buchsen dran. Und die entsprechenden Adapter sind ja dabei. Übrigens, ich zeige euch jetzt mal, was bei dem Gerät, wenn ihr es kauft, alles dabei ist. Der VNA, der Vector Network Analyzer, kommt in so einem kleinen praktischen Köfferchen. Damit kann man ihn mitnehmen, unterwegs. Da drin ist er ganz gut geschützt. Und jetzt gucken wir mal, was in dem Köfferchen so drin ist. Wir haben natürlich, und den habe ich im Vorfeld schon mal eingeschaltet, damit es gut aussieht, den VNA. Den muss man natürlich hier drin ein bisschen besser noch schützen. Da ist noch so eine Luftfolie dabei. Da kann man ihn reintun und dann ist er ganz gut geschützt. Zusätzlich haben wir jetzt noch die beiden N-Stecker, weil wir haben ja hier oben die N-Buchsen. Da kommen die drauf. Das sind Adapter. Und zwar sind das Adapter, ich lege das mal hier hin, und zwar sind das Adapter für diese Messgabel, die dabei sind. Das sind diese. Die brauchen wir natürlich. Und zusätzlich haben wir noch ein Ladekabel, damit wir den VNA auch entsprechend laden können. Und was wir noch haben, sind ein paar Adapter und vor allen Dingen die Kalibrierelemente. Also hier ist der Load, der geschlossene und der offene Anschluss. Das hier auch nochmal rausnehmen. Also hier ist Load, genau, hier ist der geschlossene und hier ist der offene Adapter zum Kalibrieren. Und dieses hier sind nochmal entsprechend Adapter, die man für eventuelle Messvorgänge auch noch gebrauchen kann. Hier nochmal der komplette Lieferumfang als Tabelle. Wir haben also dabei einmal das Gerät, den VNA S4401A. Wir haben eine Bereitschaftstasche, ein USB-Kabel zum Laden, zwei N-zu-SMA-Adapter. Wir haben zwei SMA-SMA-Adapter weiblich-weiblich und ein SMA-SMA-Adapter männlich-männlich. Und das Kalibrierungskett, einmal SMA Open, Short und Load und 250 cm RG 316 Kabel. Ja und was macht das Gerät für mich als Funkamateur so besonders? Also wir haben einmal dieses robuste Metallgehäuse, was das Ganze auch unempfindlich gegen Einstrahlung macht. Ist also richtig gut. Was es noch außergewöhnlich macht, ist der Frequenzbereich. Also wir haben hier einen Bereich von 50 Kilohertz bis 4,4 Gigahertz. Das heißt also auch das 13 cm Band kann hier noch mit gemessen werden. Also wenn ihr irgendwie im Hemnet aktiv seid oder mal WLANs messen wollt oder so Antennen für WLAN messen wollt, dann könnt ihr das mit diesem Gerät ganz hervorragend machen. Also der Frequenzbereich ist natürlich außerordentlich breit. Und was wir hier noch haben, wir haben ein 7 Zoll Display. Und das ist für meine Augen eigentlich eine gute Sache, denn das lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut ablesen. Es ist entsprechend groß und man kann wunderbar damit arbeiten. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das Gerät bootet. So, wir wollen das Gerät jetzt einmal booten. Das ist der Startbildschirm und schon ist es da. Ja, der Aufbau ist im Grunde genommen wie beim Nano-VNA. Und ich habe hier die unterschiedlichen Traces. Ich kann die hier also ein- und ausschalten. Ich mache das hier mal, lasse mal nur diesen Trace an. Was schön ist, ich kann die Bedienung bei dem Gerät hier viel einfacher vornehmen als an dem Nano-VNA. Zum Beispiel, wenn ich den Trace einfach mal gedrückt halte, kriege ich hier gleich verschiedene Informationen. Ich kann also hier zum Beispiel Format ändern. Ich kann sagen, ich will jetzt hier auf diesem Trace das SWR sehen. Ich kann den Scale einstellen, also hier die Verhältnisse ändern und verschiedene Dinge mehr, die hier den Trace betreffen. Ich kann auch wieder Cancel sagen. Hier kann ich ganz normal wie bei dem Nano-VNA auch die Frequenzen eingeben. Das Schöne ist, wie gesagt, er geht bis 4,4 Gigahertz. Ich kann Marker setzen. Ich kann das Gerät kalibrieren natürlich. Das müssen wir ja machen, damit wir eine entsprechende Kalibrierung auch haben, bevor wir messen. Ich kann hier die Kalibrierung sichern oder auch wiederherstellen. Ich habe hier schon mal verschiedene angelegt. Hier habe ich zum Beispiel mal von 20 bis 22 Megahertz, weil ich da eine entsprechende Antenne mit durchgemessen hatte. Ja, ich kann das auch. Das ist auch ganz interessant. Ich kann diese Kalibrierungen, diese unterschiedlichen, auch hier in Files abspeichern. Und da kann ich mir ja eine Unmenge an Files anlegen, die ich dann wieder abrufen kann. Insofern bin ich nicht nur auf diese Eintragsmöglichkeiten, die hier im Menü angewiesen. Ich habe zwar hier noch mehr. Ich kann also hier bis zu 11 Kalibrierungen eingeben. Aber durch diese Pfeilgeschichte geht das natürlich noch, geben da natürlich noch viel mehr. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben eine Config-Möglichkeit. Ich kann hier also die Helligkeit zum Beispiel regeln, Datum einstellen, Sprache einstellen. Sprache geht allerdings nur Chinesisch und Englisch. Eine Sleep-Time kann ich einstellen. Die Bildschirmhelligkeit kann ich einstellen. Und hier ist Storage. Hier kann ich entsprechende Files nochmal ablegen und auch wieder reinladen. Ja, vieles geht halt über das Display direkt. Zum Beispiel, wenn ich die Anzahl der Messpunkte oder Kalibrierpunkte hier einmal eingeben möchte, brauche ich nur auf das Display zu tippen und kann hier eingeben, was weiß ich, 201. Das geht also bis 1001 Messpunkt oder Kalibrierpunkt kann ich hier einsetzen. Und wenn ich hier natürlich weniger einsetze, dann wird der Messvorgang entsprechend beschleunigt. Die Ausgangsleistung des Gerätes kann ich hier einstellen von minus 42 bis minus 12 dBm. Dann kann ich zum Beispiel Empfänger mit überprüfen und so weiter. Ja, was hier noch interessant ist, das geht auch sehr gut. Das braucht man auch keinen Umweg hier über das Stimulus-Menü machen, sondern wenn ich eine Frequenz eingeben will, dann gehe ich hier einfach auf den Bildschirm, klicke auf Center Frequenz, hier beispielsweise, sage 7 MHz. Und kann dann hier sagen, die Spannweite, den Span auf meinetwegen 2 MHz. Und dann habe ich die Bereiche hier drin. So, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und sage, ich will hier nicht mit der Center Frequenz messen, sondern mit einer Start- und Stop Frequenz, was eigentlich defaultmäßig auch eingestellt ist, dann kann ich hier auch die Startfrequenz eingeben, jetzt meinetwegen 5 MHz und die Stop Frequenz 10 MHz oder auch 144 MHz bis 146 MHz oder auch was immer ich hier eingeben möchte. Das ist also dann auch relativ einfach realisierbar. Also von der Bedienung ist er etwas bedienungsfreundlicher als einer von diesen älteren Nano-VNAs. Er ist größer, für mich ist das Display besser abzulesen. Ja, ihr habt es gesehen. Ein wirklich sehr robustes und empfehlenswertes Gerät. Und wenn du als Funkamateur bastelst, dann hast du mit diesem Gerät unglaublich viele Messmöglichkeiten. Nicht nur Antennen und Baloons, sondern du kannst beispielsweise auch Filterschaltungen damit durchmessen. Du kannst Transiva-Eingänge überprüfen. Also du kannst Kabellängen messen. Die Möglichkeiten sind einfach unglaublich vielfältig. Ja, und zu beziehen ist das Gerät über die Firma Vimo, bei der ich mich nochmal bedanke, dass sie mir das Gerät hier zur Verfügung gestellt hat. Bezugslinks dazu hier unter dem Video. Apropos, beim Nano-VNA ist es ja immer so gewesen, dass der teilweise über chinesische Händler gekauft wurde. Und ja, da bestand auch immer die Gefahr, dass man sich eine Fälschung einkauft. Und hier kauft ihr bei einer deutschen Firma und mit der entsprechenden Sicherheit und der entsprechenden Gewährleistung auch dahinter. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier wieder gefallen. Und ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem Afo-Channel wieder etwas Neues gibt.